gut also Schokolade Schokolade so bis das fertig ist ist auch sind auch die sind auch die ChemDocs fertig und dann kann ich noch mehr Schokolade in Auftrag geben die braucht 24 ne ja und ich habe nur eine also zwölf mal muss ich Schokolade machen weil ja jedes mal zwei Stück sind okay noch zwei Minuten dann geht's weiter ja und Bänke und so reparieren jetzt macht auch wenig Sinn weil ich habe nur noch zwei Plätze frei gut also nicht gut dass ich nur noch zwei Plätze frei habe aber gut dann nehme ich mich nehme ich mir diese Dinge jetzt nicht vor Bänke und so weil ich weiß dass ich jetzt vermutlich nachher irgendwie oder gleich wenn ich eine Pflanze abschneide fällt da bestimmt wieder irgendwas runter was ich dann was ich dann aufheben will und dann ist der ist der scheiß schuppenvoll und das hilft niemandem was will er dann kann ich kann ich ihm irgendwie behilflich sein Würfel und Käsesonne Käsesonne ja guck mal den Auftrag kann ich jetzt tatsächlich weg schicken dann machen wir das noch eine und dann habe ich Afghani ja gut dann haue ich es hier rein dann haut es hin jetzt fehlt mir wieder nach ja aha aha hmm okay um Na komm, dann machen wir auch mal Wachs. Warum nicht? Die ist beschäftigt. Genau, was? Achso, genau. Ich habe noch gar nicht geguckt. Was geht denn hier eigentlich ab? Chemdog, Skunk. Hm. Sag, wave, steig. Ich schande. Sag, sag! Platsch! Kann ich da nämlich zumindest gleich das nächste Handbarkeitslevel abstauben. Kann ich das überhaupt sehen? Hier. Das hat 5, 6, 6, 5. Okay. Schalte Cannabis-Sorten frei, indem du im Züchtungslabor neue Kombinationen züchtest. Gesammelte Gegenstände 9 von 9. Also die 9 Sorten. Insgesamt gesammelte Gegenstände 57 von 242. Das verstehe ich nicht. Das hier verstehe ich nicht. 242 bedeutet das... bedeutet das... dass ich... ähm... ja, 242 verstehe ich noch nicht. Warte mal, 57... 6 und 6 sind 12 und 10 sind 22... 32... 37... 41... 45... Hä? Was ist denn das hier für ein Vieh, Mann? Flattert mir die ganze Zeit vor der Nase rum. So. Achso, genau. Also jetzt hoffen wir mal, dass das jetzt hinhaut. Nicht, dass ich da wieder einen Gießintervall verpen... Ich hab Gießintervall verpennt. Die Fliege flattert hier immer noch rum. Was braucht die denn für eine Temperatur? Die braucht Kälte. Ja gut. Bitteschön. Dumme Sau. Hm. Dieses Ding will ich jetzt abkassieren. Dieses Handhabungslevel. Ich will, ich will, ich will. 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 Ich will, ich will, ich will. Ja, ok, 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 guck mal, dann machen wir es jetzt mal folgendermaßen, den Rest haue ich jetzt hier mit Skunk voll, denn hole ich nämlich noch ein paar Punkte in der Vertriebszentrale und weil ich Skunk nehme, kriege ich zwar weniger Punkte, aber das wächst ja schnell, ist besser als sich jetzt auf Chemdog zu verlassen, das war doch Chemdog, ne, ja genau, Schokolade, ja. Hmm. 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 Hmm.